Hallo zusammen, heute ist der 6. Dezember und die meisten von euch hatten heute früh was in ihren Sneakers, Winterstiefeln, Turnschuhen oder dem anderen Schuhwerk, was heute früh geputzt bereit stand. Und das hat ja einen Grund, da gibt es eine Tradition dazu und dazu mal dieses kurze Video. Also Nikolaus, der den wir hier sehen, der war mit 19 Jahren, wurde der Priester in seinem Heimatort und er spendete das gesamte Vermögen seiner Familie. Also das war eine sehr reiche Familie und er war der Erbe und hat das alles gespendet. Nach einigen Jahren, und zwar hier 325 nach Christus, wurde er zum Bischof von Myra geweiht. Das liegt in der heutigen Türkei und bekannt wurde er vor allem dadurch, dass er stets barmherzig und uneigennützig gehandelt hat. Er hat auf seinen regelmäßigen Spaziergängen den Armen immer Münzen gegeben, neue Münzen. Also von der Überlieferung her stets nagelneue Münzen, die er an die Armen und Bedürftigen dann in Myra verteilt hat. Und er ist dann gestorben an einem 6. Dezember. So ist uns das überliefert worden. Und genau, also der 6. Dezember ist der Todestag. Und das hier, das ist quasi jetzt die Story, wie das hier mit dem 6. Dezember bei uns heute läuft. Der Nikolaus kommt durch den Kamin und bringt kleine Geschenke den Kindern und packt ihnen das in die Stiefel und die freuen sich darüber. Das ist die Überlieferung, die dann irgendwann so niedergeschrieben wurde und sich dann in der Welt verbreitet hat. Dass der gestorbene Bischof Nikolaus am 6. Dezember in der Nacht die Kinder wieder besucht und weiter Gutes tut. Und wie er das im Leben schon getan hat. Das mal kurz zum heutigen Nikolaustag. Lasst es euch gut gehen. Das mal kurz zum heutigen Nikolaus. Das mal kurz zum heutigen Nikolaus. Vielen Dank.